Geht's nicht. Geht's nicht. Na komm. Und weg ist er. Niemand hat mich gesehen, niemand. So, jetzt muss ich mich da ein bisschen reinschleichen, probieren. Alter, da kriegst du lebenslängig, also so wie ich da vorbeischießen, das ergrenzt die Höchstverrat, unglaublich. Ich will hier gar nicht durchgehen, eigentlich. Ich muss wahrscheinlich aber. Da ist eine Munition, ein Munitionslager. Gute Nacht. Schwarz Munition. So, hier ist ein bisschen Dynamit, zumindest. Munition habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Idiot. Was war denn das, Alter? So, vorsichtig. So offen lang gehen ist, glaube ich, nie so eine gute Idee, aber... Okay, hier ist keiner. Okay, weg hier. Vorder... Wieder wer lang gelatscht kommt. Ich würde sagen, einmal höher. Ach du Kacke. Aha. Aua. Ja, alter, wieso legst du nicht hin? Hm. Ich wollte mich gerade hinlegen, wisst ihr? ich wusste ja wo ist aber gute nacht ich finde ja scheiße ich bin schon weg ich bin schon weg ich bin schon weg okay ich würde ja ich hätte ja gern so schalldämpfer so dass wir schon geil aber es glaube ich für die zeit bisher ja man kann doch nicht mit grund vergleichen aber ein paar stadtdämpfer werden schon nett so sind hier noch gegner oder kann ich mich einfach durch die gegend schleichen ziele reicht ja ich schätze mal wir nehmen uns hier auch schon dem game also dem endgame so wie bei wolfenstein ok und jetzt soll ich jetzt genau was machen ich gehe mal hier lang thompson munition habe ich auch nicht oh wo ist es Psssshhhh Alter Okay Zeit um irgendwas aufzustellen Und vor allem nur so bleibt uns jetzt nicht mehr Und einfach die Leute hier wegschießen Im Lauf getötet So war mit mal Antina Antina kann man ja mit F legen Diese Treffergenauigkeit Drei Schuss pro Gegner Das ist Echt grausamst Gute Nacht Genau auf die Nase Bis Ich glaub da hat's jemanden erwischt Echt Ich wollte nur ne Miene legen Aua Aua Verdammte Scheisse Wo ist denn da wer Ach Gott Ach Gott Ach Gott Ja die X-Ray Na Wie geh auf die Granate Ich hoff's halt Aber ich denk mal ja Ist so geil Ist auf die Granate Fast noch geiler Wie wenn's auf jemals anders zieht Einmal Wie es ist 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 Kannst du Wie es ist ihn im Kampf getötet 30 Jahre sie erreicht gute nacht ich nehme die munition das trüben wir auch geil aber es sind verdammt viele landmines fuhl geil so ich kletter mal hier hoch so die kinder das geht auf gerade flächen wisst ihr ich bin von kod gewohnt dass man da alles möglichen sich niemals sehen kann die das tut was sollten der Scheiß ich habe ihn nicht gesagt es sind diese Scheiß Stopp Befalle reinlaufen er hat das Städte bisschen länger dauert denn so entscheidend das ganze noch mal so verteidige eine Position während der Rekete aufgetankt wird okay das heißt es müsste sowieso die Leute töten da bleibt uns nicht anders erspart zum Stopp wir haben wir noch 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 10 10 10 10 11 11 12 13 ist so dass ich durch meine landmine gestorben sein okay nachgaben das ist weil das ist ja grausam die bisher auf die Grenade geschossen die da nicht so eigentlich Ich. Also wie viel Land gibt's hier? Ähm. Gute Nacht. Ja, nee. Ist klar, ne? Hier hinten, hier, nö. Ja, sobald ein Kopfchen rausschaut, bist du schon tot, mein Freund. Da hilft dir auch die halbe Deckung hier nichts, ne? Oh, ne, doch nicht. Oh, schade. Scheißidiot. Was soll ich mit meinen Mienen? Wieso bringen die eigentlich nichts? Was gibt's denn nicht? Die bringen einfach nichts. Stoppen, Mienen. Kann ich auch nicht wirklich brauchen. Alter, wo hab ich den getroffen? Alter, in der linken Schulter. Und der Kopfschuss. Oh, nicht mal. Bei weitem kein Kopfschuss war das. Oh, der hat keine Granate. Schade. Oh, der wollte ich nicht wieder her. Arzt, meine. Oh, ah. Oh, ich wollte gerade drauf schießen. Okay, ich gucke. Guck Schade. Ich gucke.